Hallo Digital! Tschüss Print! Ich bin Lars von den Netzstrategien und ich werde euch bei der Hallo Digital am 9. Mai in Karlsruhe einen kleinen Einblick geben in die Zukunft der Zeitung. Unter anderem werde ich euch zeigen, was die gute alte Zeitung, Facebook und eine Single Bar gemeinsam haben. Also ich freue mich auf euch, kommt alle vorbei, 9. Mai, Karlsruhe, alter Schlachthof. Hallo Digital!